ich denke mal ein bisschen kann ich noch was machen dann gehe ich aber mal ich denke man dann pausiere ich den stream für eine gewisse zeit weil ich wirklich hunger habe ist das eine scheiß waffe wo bin ich hier in der nähe eines los sektors ich hasse es wenn ich irgendwas suche aber nicht finde kennt ihr das man sucht was man findet es nicht und dann wird man nur noch von allen seiten beschossen ich bin doch hier drin ist das richtig ja geradeaus ist es nämlich oh level ab heißt das man bekommt keine mode of lights mehr sondern immer die frage ist das oder das stellst stelle dich dann gegnern in der luft feure waffen ab und wirft granaten während du gleitest morgen gute projektile suchen im flug ziele und stoßen beim auftreffen tödliche flammen aus das finde ich nett also nehme ich das und wie ist doch immer noch den lost sector hier du musst ja hier sein irgendwo ich hasse es ach komm verpiss dich alter blöde hex hier ist aber auch eine kiste problem ist man weiß nie ist das oben ist das unten ist das ja hier ist es archologie token die token behalte ich auf jeden fall erstmal weil solange ich nicht level 20 bin nützt das nehmen wir rein gar nichts ein stärkeres objekt der gleichen art da frage ich mich was ist der gleichen art warum kann ich nicht das da rein infundieren ich verstehe es einfach grad nicht dass das nicht geht so geradeaus ich habe es gefunden das ist gut alter 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 dieser dieser kreischer ist ja richtig aggressiv das ist ein richtiger richtig aggressives arschloch ähm alter die kreischer sind krass geworden die kreischer Esa Nice! Ich hab die Hexe besiegt. Oh, scheiße. Ich werd das aber nicht überleben. Hilfe! Stirbt! Ich hab'n blauen Helm! Mein erster blauer Helm! Scheiße! Wo ist die Truhe? Verteidigst du die Truhe? Ich will doch nur zur Truhe. Ich hab' mir doch das Recht, der kämpft hier. Da ist sie. Und ich hab' blaue Sachen bekommen. Alter, nice! Blaue Sachen. Ach, ist mir jetzt nicht egal. Sorry, aber das ist mir lieber an der Automatik. Und mein Power ist auf 100 gestiegen. Yes! Nice! Ich weiß nicht mal, was maximale Power ist. Alter, die Musik! Wie geil! So, wir haben da noch zwei Kisten. Die ich mir holen will. Die ich mir holen will. Was war in dem kleinen Kärchen drin? Ist hier vielleicht eine Kiste? Irgendwo? Nee, aber geradeaus. Hier oben irgendwo? Da drin vielleicht? Das ist eine normale Kiste da unten. Aber ich umgehe die Kiste irgendwie. Die ist hier in der Nähe, aber... Ich laufe überall dran vorbei. Ich laufe den Shader und zwar dreimal. Oh Mann! Was holt das Tor? Dann halt nicht! Ich hasse es, beschossen zu werden, wenn ich Loot suche. Ich laufe die Kiste. Ich laufe die Kiste. Ich laufe die Kiste. Du hast das hier in der Nähe. Ich laufe die Kiste. Ich laufe die Kiste. Ich laufe die Kiste. Ich will mal sehen, wie wütend. Kann ich es mir auch anschauen? Ich habe es nur dreimal. Das ist ein bisschen doof. So sieht alles in Wüstenmatt aus. Hm. Wie sieht mein Warlock so aus? Aha. Kann ich den Shader da drauf verwenden? Ah, toll. Was für Scheiße ist das? Ich kann den Shader einmal verwenden. Und dann... Also es ist mit den Shadern gefällt mir irgendwie nicht. Weil... Oh, das sieht ja gar nicht so geil aus. Aber ich habe es jetzt verschwendet. Hm. Versteht er? Ich komme hier mit diesen Ebenen nicht zurecht. Ach komm, mach ich diese Mission jetzt hier zum Abschluss. Denn ich will endlich meinen Sparrow haben. Oder mein Transportmittel. Und deswegen spiele ich einfach weiter mal ein bisschen die Story, bis ich mal ein Transportmittel bekomme. Ich komme hier mit den Shader. Yay. Yay. Oh, ist das mal eine größere Fläche hier? Äh, komm ich jetzt da rüber? Ah, okay. Oh, ich kann nicht rüber.